Willkommen zurück zu Let's Play Mario Maker 2 Online Haha, diesmal hat es geklappt In der sehr schwer Herausforderung gerade Und ja, das hat ja eigentlich bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr gut funktioniert sogar Jetzt hängen wir aber gerade hier fest, weil eine Passage später sehr unfair war Und zwar unfair ist immer sehr schlecht Aber was soll ich schon tun? Wir haben beim letzten Mal leider die normale Schwere verkackt Tragisch, tragisch So Schieß Hup Hup Die versinken direkt Und ganz wichtig, die nochmal Ganz wichtig, die nochmal treffen Sonst wird da später nichts Absolut und Oh, jetzt kann ich mich da sogar draufstellen Das ist gar nicht so witz So Und hier das war Das war beim letzten Mal einfach sehr intuitiv einfach Und wenn man sich zahlt, ist es sogar noch einfacher Und diesmal ist das hier auch nicht unfair Das ist unfair Gut, vielleicht hätte man das auch Ich habe den letzten Mal den Sprung gerade so geschafft Vielleicht war das auch nicht so gedacht Hier Z Ich habe es mir gedacht Aber ich dachte, ich springe zu weit nach rechts Offenbar bin ich komplett blöd und dumm Aber so ist Mario Endgame normal Man weiß nicht, was einer wartet Ach komm schon, es lief doch gut Hopp 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 Bam 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 Toot So Hopp Der ist jetzt im Glück der einfachste Miniboss Ähm Dann hier dich Brauche ich hier links wieder Ich frage mich, ob es tatsächlich nötig ist, alle Roten München zu holen Wenn ja, hoffe ich, dass es nicht allzu unmöglich ist So, beziehungsweise, dass man sie einfach übersieht Wenn nein Auch gut So Treffen, treffen So, gar kein Problem Gar kein Problem Und hier eigentlich einfach nur Boop, 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 boop Kann ich mir eigentlich ein Leben zusammenfahren? Nein Gerade so natürlich wieder nicht War ja langweilig tatsächlich So und hier Also ganz Einfach nachher nicht sterben Und das war dumm, dass ich den obersten angestoßen habe So Warte mal was Was hätte ich jetzt dagegen tun sollen? Der ist halt einfach in die falsche Richtung weg Ehre, Ehre, keine Ehre übrigens Was war das denn? Komplett aus meiner Kontrolle schon wieder Ja, ich war wohl zu gut Weil ich wohl zu weit nach rechts gekommen bin Also sowas sollte man vermeiden Wenn ihr mich fragt Wenn man ein Level baut, dass Ich wollte ihn mal töten Aber das war jetzt nicht so gut herausgestellt Okay, ich stelle mich auch wieder dumm an Ganz riesig, gar kein Problem Gar kein Problem Boop, 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 boop Ganz viel Zeit und Ehre das hier zu holen So Und Sprung Eins Zwei Drei Vier Fünf Fünf Flieg du mal vorbei Jetzt soll ich mir leben Oder nicht, weil ich die Große verpasste Wie ist das denn passiert? Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte Aber ich beschwer mich trotzdem So Also nicht zu gut sein Sehr gut Das ist doch schrecklich So 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 eine Schäge fällt mir übrigens auch gar nicht Gefällt mir übrigens auch Gar nicht Ich nehme an Ich will hier spin Ernsthaft Da denke ich mir Ja jetzt Die Challenge zum Spin Wird hier schon noch drin sein Und dann Wenn du spins schießt Alle anderen in den Tod Wow Manometer So ein Dreck Ich meine ernsthaft Damit rechnen wir noch nicht Ja wenn du das extra gut und speziell machst Dann hast du verkackt So fühle ich mich Aber das ist nicht so schlimm Denn jetzt werde ich es schaffen Ja ja So einfach ist das Man sagt einfach Heyo Jetzt Schaffaroni Schaffaroni Oh Gott So ich meine natürlich Gar kein Problem Gar kein Problem Alles Ohne Probleme So Äh Wieder hier Diesmal Nicht spinnen Wenn wir oben sind Ahaha Ich hätte fast verkackt Nein Wieso Wieso bin ich so Komm schon Ist das dein Ernst Okay Ein Versuch übrigens noch Gefällt mir Gefällt mir wieder richtig gut Ich Alter Wäre fast an dem dummen Dingens Schraubenschlüssel gestorben Das wäre ja wieder richtig lustig gewesen Ha 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 So Explosion Könnte ich wieder gestorben werden Das wäre Das wäre es aber gewesen Macht ihr mal was Und Das war fast schon zu früh Aber zum Glück nur fast So Eins Zwei Fünf So Puh Was mache ich eigentlich Wenn ich hier versage Ah gar nicht drüber nachdenken Weil die einfachste Lösung ist Ich versage natürlich nicht Hi War gar nicht knapp So Nicht An dem hier sterben Das ist Traurig Traurig Rauf Na Rauf Und diesmal Nicht spinnen Weil das Gegen alle Erwartungen Nicht Gut Ist Oh nein Bitte töte mich nicht Große Explosion Oh mein Gott Hey Ähm Okay Hier sehe ich die Challenge noch nicht Ich darf den noch nicht werfen Oder Ich brauche den Bin mir zu 80% sicher Dass ich den gebraucht hätte Hey Das war das Gehen wir doch mal wieder Level suchen Was gibt es denn Neues hier Vielversprechende Level Man kann hier nicht verlieren Man kann hier nicht verlieren Da wäre man nicht so sicher Aber das klingt noch nicht allzu spannend Ich werde mal wieder auf Äh Achso Beliebt So Hat sich was Neues in die Die Snowy Slide hat sie Ah ne Ich bin noch auf diese Woche Okay Autoswitch Castle Das klingt doch toll Das ist neu hier oben Dann wäre die Kontos bei 7.40 Sekunden Können wir den knacken Ich hoffe es So Autoswitch Castle Das heißt für mich Wir müssen einfach nur Durch Einfach nur rennen Gegen die Zeit Thema Ja schauen wir nochmal Okay Jetzt erwarten mal Ich will Äh Den Weltrekord Und bis jetzt Stell ich mich noch gar nicht so blöd an Okay Das hätte besser laufen können Hätte Besser Laufen können Bis jetzt Aber Vielleicht Der andere ist ja auch nicht perfekt Man kann nie wissen Aber das Level ist echt geil Respekt Wenn wer auch immer das gemacht hat Moment mal Ich kann nachgucken Wer das gemacht hat Nein Ein schlechter Sprung Oh mein Gott Hier verliert man die ganze Zeit Ich glaube das Level Probe ich nochmal danach Weil ich glaube nicht Dass es jetzt für den Weltrekord Gereicht Und mit so einer schlechten Leistung Niemals Das waren nicht 47 Sekunden Vor allem da am Ende War es richtig schlecht Ich hätte auf meinen Timer rechts schauen können Also Nicht in dem Spiel Sondern mein Aufnahmetimer Wie viel war es Wenn es ganz knapp war Dann probiere ich es nochmal Zweit Nee Nee Das waren nicht 2 Sekunden Da habe ich weniger Zeit verloren Ähm Das könnte cool sein Vom Sfortress Nee Mario der Gladiator Das klingt doch cool Und Void.exe Und Void.exe hat den Weltrekord So Richtig gut Richtig gut Aber neues Highspeed Potential Dadurch Komm schon Man kann aus der Arena Rausspringen Tatsächlich Das war wahrscheinlich Jetzt Warum hat mein Leben verloren Checkpoint Nein der Pilz Hätte ich muss Bis dann ein Pilz Kommt Oh Zeitverschwendung Zeitverschwendung Jetzt glaube ich von oben Feind Feind Ich hätte ihn schneller Von rechts auch holen müssen Man wenn man das Level kennt Dann wäre das Highspeed Potential viel schneller Ich meine naheliegenderweise Aber Ihr werdet einfach mit der Zeit sterben Das Publikum Das war schlau Ey ich habe mich selbst eingesperrt Okay jetzt kann ich ein bisschen Zeit rausholen Bei dem Zwischentyp Ich brauche diesen Pilz leider Jetzt hier Ganz easy Zeit rausholen Einmal nur Rechts Rechts Los Komm Hop So Nein Der war übrigens angekettet Sehr übel So mach mal das Publikum frei Diesmal Ich will eigentlich nur Dich So Wer kommt jetzt Fliegen Er hat sich aus dem Gehweg befreit Wo runter Du es gibt keinen kommen mehr für dich Es gibt keinen kommen mehr für dich Warum ist alles so dunkel und tot Ich bin doch blöd Ich bin doch blöd Man wir sind im Himmel Seht ihr all die toten Coopers und den Engel Flügel habenden Bumm ich nicht an einem Goomba sterben. Das war ein lautes Donnern. Ich frag mich, ob man das in einem Video gehört hat. So, war es das Ende? Oh nein. Die finale Halange. Ich habe Zeit verschwendet. Ja, das wird niemals, übrigens, der Speed Rekord. War nicht bei 1 Minute 7 oder so? Ich glaub, das habe ich komplett verkackt. Oh, ich weiß nicht. Just, just saying. Ja. Aber, cooles Level. Äh, nein, ich hab's nicht gelehrt. Na ja. Galumba Slide Party von GEP ist in den Trends. Oho. Gucken wir uns das nochmal an. Epic Slide Fun. Was hat der gute German Let's Play denn gemacht? Das ist übrigens auch ein German Let's Play, so wenn ihr German Let's Play mögt, müsst ihr automatisch diesen Kanal mögen. Das ist übrigens ein Fakt. Er ist überhaupt nicht anders und besser oder was auch immer. Ne, ne. So, mal gucken, was er gemacht hat. Ich hab das Level das hier nicht gesehen. Ähm. Offenbar ist es ein Rutsch-Spaß für die ganze Familie. Das ist kein Spaß. Das ist tot. Okay. Aber zum Beispiel, immerhin wir hier ein netter Checkpoint, ne. Ein bisschen blöd bin ich aber glaube ich auch, ne. Huuuuh. 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 Okay. Da haben wir ein bisschen Zeit rausgeholt. Fitt mir die Münze? Sieht nicht so aus. Ne, das ist ja. Der Schlüssel optional am Ende. Huiiii. Die armen Toten. Ich wusste gar nicht, wie das GMP so brutal ist. Ha. Als ob ich da jetzt schon reingehe. Fast hätte ich das hier berührt. Aber ich hätte lieber das Sekret, das es hier gibt. Was? Moment mal. Was ist da für ein Sekret? Das muss ich mir angucken. Ich habe den Schlüssel nicht mehr. Ich werde ihn noch nicht mehr bekommen. Es würde für immer um ungewissert bleiben. Na ja. Bum. Dann hast du das wohl gut versteckt. GLP. Beenden. Velcrolt ist 27 Sekunden. Ei, ei, ei. italiener jones. Für den, äh, für den Namen. Für den guten italiener jones. Oder italiener. Italiener. Wuhu. Moment mal. Aber das ist ein echt gutes Wortspiel. Deswegen. Kriegst du das Spiel von mir aus? That's not how this works. Okay. Das ist ein Tempel. Ein Todestempel. Glaube ich. Pfeil. Ah. Uuuu. Öffne den Weg, Sklave. Hahaha. Ist ein N... Ich habe den Wind vergessen. Aber er ist ein nichts. Nicht ich. Als ob ich mich von dir treffen lassen würde. Okay. Komm. Oh, ich muss jetzt von oben triggern. Gut. Trigger ich dich eben. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Äh. Äh. Uuuu. Ha. Now that's not convenient. Ähm. Aber was ich sagen wollte. Und natürlich auch. Denk. Kein Problem. Komm. Fahr los. Okay. Moment mal. Okay. 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 Ich gönne einen Pilz. Hatte ich nicht von... Einen Pilz? Nein, ernsthaft. Ich hatte doch gerade auch einen. Wo kommt der her? Seltsam. So wie... Okay. Diesmal gehst du vor. Ne? Was? Also wirklich was, was ist hier gerade passiert? Ist er tot? Er ist tot. Danke Gott. Okay. Das Level schaffen wir noch. Komm schon. Nein. Okay. Das ist echt nicht so geil. Uuuuuff. Nein. Da unten mehr Geld für mich. Geld. Uuuuh. Hey. Ziel. Baba. Auf Wiedersehen. Italiener Jones. Es war eine Ehre an ihrer Seite gespielt zu haben. Okay. Schönes Level. Das war's dann aber auch. Schon wieder. Für. Diesen. Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnen, kommentieren, liken und insgesamt Spaß gehabt haben oder was auch immer. Kann nicht schaden. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.